Hallo und willkommen zu diesem Video. Heute habe ich für euch das Thunderkong Powerpack. Und so sieht das aus. Darin enthalten sind vier Headbanger-Raketen, also Salud-Knall-Raketen. Dann gibt es hier die Thunderkong Shocker mit Crackling, wenn mich nicht alles irrt. Wenn ich mich nicht täusche, dann die Thunderkong Wüstling mit Pfeifaufstieg und die Thunderkong Max zweimal. Ja, und die werden wir jetzt alle draußen zünden. Jetzt gibt es ein ganzes Thunderkong Powerpack. Ich fange an mit dem Thunderkong Max. Dann mache ich die Shocker irgendwann mal, dann mache ich noch die Headbanger und dann die Wüstling. Viel Spaß. So, los geht's. Die sind echt laut. Schon der Abschussknall ist laut. Jetzt versuche ich mal mehrere. Okay, mal sehen, wie viel von den Viren ich schaffe. Alle. Cool. Weiter geht's. Nein, ich habe mich nicht verzählt. Da war noch einer noch nicht angegangen. Ich habe doch gewusst, dass da einer fehlt. Die Shocker, ich hatte sie noch nicht. Laut sind sie. Aber feuerlohe. Noch einer. Und jetzt gleich nochmal zwei auf einmal. Das sind an, beide. Echt cool. Weiter geht's mit den Headbangern. So, ich versuche wieder mal zwei zu zünden. Und noch die beiden anderen. Herrlich, super. Okay, dann noch die Wüstling. So, jetzt mit Faith-Aufstieg. Zum ersten Mal bei mir. Genial. Gleich einen zweiten hinterher. Ach, du ahnst es nicht. Krasse Scheiße. Boah, also der ging ziemlich weit unten los. Okay, jetzt nochmal zwei auf einmal. Zwei auf einmal. Krass laut. Okay, also dann das war's mit dem Sortiment. Mit dem Thundergang Powerpack. Und dann tschüss und bis zum nächsten Video. Auf, auf, auf. Auf, auf. Auf. iced Horn aus, auf.